Es kommt mir vor, dass immer mehr Retailer, die keine Ahnung von der Börse haben, Kryptos kaufen, auf jeden Fall, um reich zu werden. Ich finde, es ist zu viel Dumb Money im Markt. Auf jeden Fall. Du musst aber auch eine Sache bedenken. Das sind die, die für uns den Preis nach oben bringen. Und das sind auch die Ersten, die bei einem stärkeren Crash Panic sellen und verkaufen. Auf irgendeine Art und Weise braucht der Markt immer wieder neue Investoren. Du musst immer bedenken, dass Geld fließt von einem Investor zu dem anderen. Wenn wir jetzt länger in diesem Markt sind, dann sind wir Erfahrene. Wir reagieren nicht mehr panisch auf starke Volatilitäten. Wir sitzen da nicht panisch mit Schweiß bedeckt und warten, dass wir den Sell-Button drücken, sobald wir 10% hier runtergehen. Das wird passieren mit denen, die neu auf dem Markt sind, einfach nur gehört haben, boah, der ist Kryptomittel näher geworden, das will ich auch mal. Und denken, das ist einfach so einfach und leicht. Ich glaube, die meisten, die jetzt schon mindestens ein bis zwei Jahre hier drin sind, die sind immer noch recht neu auf diesem Markt. Aber ich glaube, die werden jetzt verstehen, dass das gar nicht so einfach ist. Denn hier in der Bullrun-Phase, wenn man sich das anguckt, wenn man bei Bitcoin ist und irgendwo hier in diesen Bereichen investiert hat, und da sind die meisten Retailer erst reingekommen. Hier, da haben wir den 2017er All-Time-High gebrochen. Ich glaube, hier sind so viele reingeformt, die gar nicht in Krypto rein wollten. Und was ist passiert? Die haben sich gefühlt wie ein Held. Wir haben eine dicke Anstiege gemacht. Und hier haben sie 100%ig verkauft, wo dieser Crash kam. Da haben sie so viel Panik wahrscheinlich gekriegt. Und dann sind wir raus. Was ist dann passiert? Dann sind wir wieder hoch und mindestens, spätestens hier oben, haben sie alle angefangen, wieder dick einzukaufen. Was ist dann passiert? Wir sind gecrashed. Die haben ein Minus verkauft. Und sind erstmal raus aus dem Markt. Vielleicht haben hier in diesen Bereichen noch so einige eingekauft, wo sie dachten, jetzt geht es wieder auf 100.000. Da gab es ja richtig viel Formel. Dann ist der Preis gefallen. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, da jetzt wieder 100.000 Dollar geschrien werden, wir uns jetzt über dieser magischen Marke von dem 2017er All-Time-High beziehungsweise darüber befinden, denke ich schon, dass sehr, sehr viele neue Retailer reinkommen. Ziemlich viel Dump-Money im Game ist. Und die Frage ist jetzt, was wird passieren, sobald wir den nächsten Pullback haben? Es wird gesagt, dass sehr viel Geld in BUSD, in Bitcoin reingegangen ist. Dass es Binance war, die das Ganze gepumpt haben. Oder ein dicker Wal, der bei Binance tradet. Was, wenn der jetzt wieder dumpt? Gucken wir mal, was dann passiert. Dann geht der Preis halt wieder runter und wir gehen wieder hoch irgendwann. Fünf Milliarden reichen nicht aus, um bei Bitcoin einen extremen, extremen Damm zu verursachen. Da müssen schon mehrere große Entitäten anfangen, gemeinsam zu verkaufen. Es muss wieder so eine Kettenreaktion entstehen. Ich denke mal, wenn wir erst mal runtergehen sollten, dann sind das hier diese Bereiche, die wir uns angucken müssen. Hier diese um den 2017er All-Time-High, vielleicht noch ein kleines bisschen drunter. Meistens, wenn da die ganzen Stop Losses sind, dann sinkt das Ganze noch ein bisschen weiter runter. Das Momentum wird noch mitgenommen und dann setze ich das wieder. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.